Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Mini-Tutorial und zwar geht es heute um Papierquasten. Für eine Papierquaste könnt ihr jedes Designerpapier nehmen. Ich habe jetzt hier den Farbkarton genommen, der ist so ein bisschen dicker, da braucht man nicht gar so ein großes Stück. Mein Stück Papier ist jetzt ungefähr 3x ungefähr 8 cm groß, kann auch ein bisschen länger sein. Wenn man jetzt dünneres Papier nimmt, sollte es ein bisschen länger sein, damit man auch genug Volumen kriegt. Dann wird das einfach eingeschnitten, so ungefähr im Abstand von einem Millimeter. Man kann sich oben eine Linie ziehen, bis wohin man schneiden will, aber ich glaube, das ist gar nicht unbedingt nötig, weil man sieht ja am Ende nur so den letzten Rest von dem Papier. Also das Ende sollte schon so ungefähr gleich aussehen. Dann wird das so ein bisschen vorgewölbt, gerade beim Farbkarton, denke ich mal, ist das ganz wichtig. Der ist ja dann doch so ein bisschen störrisch. Also mit dem Falzbein hier mal so ein bisschen lang gehen, dass der so ein bisschen weich gemacht wird. Dann dreht ihr den einfach schon mal so ein kleines bisschen auf, damit das Papier jetzt schon mal so ein bisschen vorgeformt ist. Und dann nehmt ihr euch Kleber. Ich mache das mit Flüssigkleber, da kann man das Ganze nämlich nochmal ein bisschen schieben. Man könnte natürlich auch Klebeband drauf machen. Das macht die Quaste dann auch gleich nochmal ein kleines bisschen dicker, aber nicht viel. Aber ich nehme lieber Flüssigkleber, dann kann ich das Ganze nochmal so ein bisschen mehr zusammenquetschen, wenn es jetzt nicht beim ersten Aufrollen gepasst hat. Wie gesagt, der Farbkarton ist ein kleines bisschen störrisch. Da ist dann auch manchmal so eine Lücke und dann muss man nochmal ein bisschen aufrollen und dann wieder zurollen, damit das dann auch passt. Ja, und jetzt wird das Ganze einfach nur aufgerollt. Schauen, dass ihr das schön dicht macht, dass da keine Löcher sozusagen dann in der Quaste von oben zu sehen sind. Wichtig ist, dass das Ende gut befestigt wird, damit es nicht absteht. Und das war es eigentlich auch schon. Man könnte jetzt hier natürlich am Ende auch nochmal Faden zum Beispiel drum wickeln oder auch eine feine, dünne Spitze da drum kleben. Also Möglichkeiten gibt es da natürlich schon noch, das Ganze ein bisschen schöner zu machen. Man kann oben zum Beispiel auch noch eine Perle auffädeln. Das macht ja dann auch nochmal ein bisschen was her. Aber ich finde die so schon gar nicht schlecht. So als kleinen Hingucker irgendwo dran ist das eine ganz nette Idee. Na dann, viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss! Tschüss!